Braucht keinen Mensch, ey. Verstehst du, wa? Dass sowas überhaupt noch ready gemacht wird, ey. Ja, ich habe von vier Batchets vorhin nicht gesprochen und nicht von irgendwelchen anderen Mates. Der Rest war Heavis und Mates angesagt. So, Ension kriegt für heute keine Aktivität, so. Haha. Und natürlich könnt ihr auch eure Waffenträger fahren, damit habe ich überhaupt kein Problem. Flo, du fährst bitte andere Richtung. Gut, ähm. Gut, ich möchte... Hallo, stopp mal ruhig jetzt. Ich möchte bitte meine vier Batchets ungefähr hierhin haben. Die werden hier schön, äh... Ne, drei Batchets hierhin. Einen Batchet bitte hier unten lang, First Bot machen. Ähm. Die anderen drei bitte hier hoch. Heavis hier hinterher. TDs bitte hier hinterher. Ich mache den First Bot, damit ich den drei anderen Batchets aus dem Weg. Kapp, du sollst rechts rum. TDs fahrt bitte da lang. Lasst euch nicht auf dem Weg, äh, irgendwo abnudeln. Soll ich da hinten in die Ecke rein zum Felsen oder soll ich richtig First Bot machen? Ne, bitte hier vorne an dieser Auffahrt mal hochgucken. Da wird definitiv schon was stehen. Also First Bot heißt ja bis dahin fahren und spotten. Slango, mach mal bitte gleich hier in die Stadt und guck mal hier oben einen Proxyspot. Falls da oben was auf ist, dass wir da gleich mit den Heavis drauf schießen können. Da haben wir schon. Heavis. Das war genial, oder? Kurz stehen bleiben. Schussfeld, die E7. Okay, Heavis nicht mehr auf die Düne hier hoch. Heavis nicht mehr auf die Düne hier hoch. Heavis, wir fahren hinten rum. Wir fahren hinten rum durch. Flo, wenn die drei TDs da sind, fährst du bitte zurück. Nur mal kurz zu mitzählen. Neun Schuss, E7, kein Damage, ey. Alle Heavis von hier. Braucht ihr gar nicht weiterfahren. Hinten rum, habe ich gerade gesagt. Da lang. Ja, ich weiß nicht, wo die TDs sind, aber ich kann die nicht mehr aufmachen. Bloß wenn ich da vorn schon drinstehe, Taxi, muss ich schauen, dass ich wegkomme, weil der auf mich geschossen hat. Ja, aber irgendeiner von euch Heavis ist da jetzt noch hingefahren. So, Heavis, wir treffen uns hier unten. Meine Mets bleibt weiter hier oben. TDs schön defensiv machen. Flo, weg da. Hinten rum, raus. Artis, verlegt mal ruhig hier hin. Ja. Und meine T-H-Artis, versucht bitte, dann grenzlich hier zu supporten. Der T-T-57 ein, der weiß nicht, dass er offen ist. Worn willst du? Bist du drauf? Ich fahre. Dann schuss. Gut. Ich fahre nämlich auch jetzt. So, Heavis aufpassen, die haben auch Aris, ne? Macht das sinnvoll. Wenn ihr da hoch fahrt, seid ihr offen. Und kriegt genauso schön, wie ihr austeilen könnt. Er hat einmal geschossen. Ich stelle in zwei Stücke, aber. Aufpassen, Böcchert. Heavis vor. Heavis vor bis hierhin. Aufpassen, ich streite Heavis. Arty hat einmal geschossen. TDs schön defensiv bleiben, ne? Okay. Den T-57 vorkosten, den T-57 vorkosten und schieren vor allen Dingen. Was reicht für dich, du? Ihr braucht nicht stehen, so ist euch schusswert. Ich hab die schon auf. So ist euch schusswert. Ich bleib hier stehen, ich hab eh low AP. Ja. Mach den T-57 raus. Mach den T-57 raus, genau. Enzion nicht, Enzion nicht. Da kommen die IS-7 jetzt alle. Der Batshirt steht nur links von uns, ne? Der macht gar nichts, der Batshirt. Der wird jetzt Enzion rausholen. So, Arty's, könnt ihr mal bitte hier unten auf den Batshirt halten? Ja, ich hab noch zwölf, ich bin schon drauf. Juggernaut, links von dir ist ein Batshirt. Der wird die ganze Zeit auf dich schießen. Er ist im Reload. Da ist schon. Kann ich aber euch nicht helfen. Die IS-7 schießen auf mich. Schuss, Wadjet. Ja. So, die erste IS-7 da vorne ist getrackt. Die IS-7 da vorne ist getrackt. Kann nicht rüber, wie ich am Objekt verziehe. Und weiter vorwärts, Jungs. Ich bin drauf, noch zwölf, auf der. Wetschatz, verlasst bitte nicht eure Position, wenn die da nämlich gegen drücken oder sonst schnullieren, hab ich euch da nämlich nicht mehr. Ich spotte die ganze Zeit die IS-7 da hinten, also ruhig gut. Schuss in zwei. Eins, Schuss raus. Mann, wo bist du voll geladen? Ah, ein Schuss fehlt. Ja, dann lass uns mal von hinten einen Tabel machen, auf dem 268-196-M. Okay, Moment. Holt die nur zwei vorne oder holt die nur mit? Nee, wenn der Maxi mal zu zweit braucht. Nein, Fisch, Fisch, Fisch. Ich brauch euch. Ich brauch euch da, aus dem einfachen Grund, wenn die nämlich unsere TDs da pushen, dann haben wir echt Probleme. So, für BD hier nur noch alleine, Juggernaut? Ähm, ja. Ja, ja. Aber es geht schon. Ich nehm die IS-7 raus, die rechte, ne? Okay, scheiße. Ich hab nur noch 17, auf die zwei. Okay, und Schuss auf IS-7. Ich hab nur noch 15 km, das ist alles exakt, ne? Ich kann nochmal zurück und dann rausziehen. Ja. Tschüss. So. 15 km, Schuss. 268 hätte ich schossen. Ja. Ja, das ist 268. Ich hab noch 9 auf 268. Schossen aus 268. Wir müssen ein bisschen warten, in der AT will. Ich kann das, ich kann das gleich rausnehmen im Moment. Da stehen IS-7, Leute. Könnt ihr da... Könnt ihr zwei Stück? Ja, dann fahrt vor. 55b, ne? Leute, der 50b hat auch nichts. Dann drückt ihr da in den Turm hier dreimal und dann ist der weg. Bin drauf, 12 Sekunden. Ja, ich ziehe klein. ARTI steht auf K1, ganz unten links in der Ecke. Die Böcher hat ARTI. So, das war der 50b. Hm. Ich dachte, da steht mehr. Ich hab das nicht. Ihr wusstet, da muss so wenig stehen. So, super gemacht, Jungs. Du hast nur Glück, Mann. Alles Glück. Wir hatten sicher Lack. Ganz viel Lack. Da kommt man ja gar nicht hoch, weißt du. Ah, jetzt stimmt's sogar. Wenn wir hier sehen, in dem Bodenschild haben wir Glück. Steht. Jo. Oh. Ah, der. Sehr schön, Jungs. We lucky bastards. You can't control where your shots goes. No, normally not. Man, I guess. Well.